Wenn ich hier mal locker in einem Gespräch sagen würde vor Journalisten, ich könnte mir gut vorstellen, auch mal ohne Anzug und Krawatte ganz locker und leger über die Friedrichstraße laufen, dann wird das nicht etwa neutral berichtet, sondern es wird gleich mehr draus gemacht. Das heißt dann, aus gut informierten Kreisen haben wir gehört, der Bundesminister für Gesundheit plant demnächst nackt über die Friedrichstraße zu laufen. Bevor Sie die Chance haben, darauf zu reagieren, kommen gleich die Stellungnahmen aus den Fraktionen. Mein neuer Kumpel Dr. Lauterbach meldet sich als allererster zu Wort. So, so, nackt über die Friedrichstraße laufen, so ist der Rösler von der FDP, das ist die gelebte soziale Kälte. Der Koalitionspartner, lieber Jens Spahn, ist zwar netter, aber nicht ohne Kritik, der sagt sich, na, das hat der junge Minister falsch verstanden, wir wollen nicht nackt rennen, wir wollen nackt scannen. Breite Unterstützung von meiner Rösler, liebe Frau Flach, wenn die Steuern gesenkt werden und die Rahmenbedingungen stimmen, dann wird der Rösler auch bald wieder was zum Anziehen haben, dafür wird der Markt schon sorgen. Und wenn ich dann versuche, das klarzustellen und sage, dann hört mal zu, Freunde, nur dass ihr es gleich wisst, ich hatte nie vor, nackt über die Friedrichstraße zu laufen, dann heißt das, aha, haben wir uns gleich gedacht, so jung und frisch ist der gar nicht mehr, der traut sich ja noch nicht mal jetzt im kommenden Frühling, nackt über die Friedrichstraße zu laufen, Rösler rudert zurück.